Hallo, mein Name ist Martin Kobau. Ich hoffe, Sie genießen gerade Ihr YouTube-Video. Bitte entschuldigen Sie die kurze Störung. Im Hintergrund laufen die Alpen bei mir vorbei. Kraftvoll ragen sie in den Himmel. Ich habe diese Kraft eingefangen und sie in einen Duschkopf gepackt. Sehen Sie sich an, was dieser Duschkopf alles kann und wie kraftvoll er ist. Klicken Sie auf den Link und genießen Sie jetzt im Hintergrund zu meiner Rechten den Großglockner.